Die Prämisleiden waren ein böhmisches Herrschergeschlecht. Sie waren vom Ende des 9. Jahrhunderts bis 1306 mit Unterbrechungen um 1000 in Böhmen an der Macht. Anfangs regierten sie nur in Teilen Böhmens. Eine frühere Herrschaft ist historisch nicht belegt. Herrschaftsbereich Die Prämisleiden herrschten seit dem Ende des 9. Jahrhunderts als Herzöge von Böhmen. Erster König von Böhmen wurde 1158 Wladyslaw II. Mit Otto K. I. wurde das Königtum 1198 erblich. 1212 wurden die Länder der Böhmischen Krone zum Königreich innerhalb des Heiligen Römischen Reiches erhoben. Ab dieser Zeit wurde auch die dynastische Thronfolge festgelegt. Zum Machtbereich der Prämisleiden gehörten von Anfang an bzw. kamen später hinzu. Das Glatzer Land und weite Teile Schlesiens gehörten bereits im 9. Jahrhundert zum Großmärischen Reich und im 10. Jahrhundert zum Herrschaftsbereich des böhmischen Fürsten Slavnik. Sie verblieben auch nach dem Pfingstfrieden von Glatz bei Böhmen. Weitere Teile Schlesiens und Kleinpolens fielen in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts vorübergehend an Böhmen. 1019 bis 1027 Meeren. 1266 Eger und Umgebung. 1289 bis 1292 Dekasekunden Gebiet um Täschen. 1156 bis 1253 Dekasekunden Landbuddhisin, später Oberlausitz genannt. Liste Prämisliedischer Könige. Könige mit nicht erblichem Königstitel Könige mit erblichem Königstitel Geschichte. Bis zum 10. Jahrhundert. Nach den Ausführungen in der Chronika Böhmorum des Kosmos von Prag sind die Prämisleiden Nachkommen des sagenhaften Stammvaters Prämisse des Pflügers. Eines eingeheirateten Stammesführers und seiner Frau Libussa, Kosmos überlieferte auch die Namen weiterer vorchristlicher Prämisleiden. Nesamisl, Emnata, Vujen, Vnislav, Kresomisl, Neclan und Hostivit. Die nur von Kosmos überlieferte Aufzählung weist auf eine ältere Familientradition hin. Ob einige der acht Herrschernamen historischen Persönlichkeiten entsprechen, kann aus ihr aber nicht zweifelsfrei geschlossen werden. Im 9. Jahrhundert zählten die Prämisleiden zu den böhmischen Lokalfürsten. Ihr Sitz war die mittelböhmische Burgstätte Leviradek. Gegen Ende des 9. Jahrhunderts verlegten sie ihren Sitz auf die neu gegründete Pagerburg und gewannen nachfolgend Autorität über die Lokalfürsten. Des Moldau-Tals. Zwischen 882 und 885 wurde der erste historisch belegte Prämisleid, Borivoy I., mit seiner Frau Ludmilla im benachbarten Meerereich von Mettet getauft. Nach Borivoyes Tod um 889 wurde Böhmen bis 894 unter Fürst Svartoplak I. aus der Dynastie der Moemiriden vorübergehend Großmeeren angeschlossen. Nach Svintoplaks Tod übernahm von 894 bis 915 Borivoyes Sohns bei Tinev I. die Herrschaft und ging auf Distanz zum Großmeerischen Reich. 895 musste er dem Kaiser Arnulf von Kärnten Treue schwören. Nach seinem Tod setzte sein Bruder V. Ratislav I. von 915 bis 921 die Politik Borivoyes fort. Seit 921 herrschte Wenzel, Sohn V. Ratislav Si. Er wurde 929 oder 935 von seinem Bruder Boleslav I. und dessen Gefolgsleuten ermordet. Da Wenzel seit der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts als Heiliger verehrt und bereits im 11. Jahrhundert zum Landespatron erhoben wurde, galten danach sämtliche Fürsten Böhmens als Wenzels irdische Stellvertreter, auch die für die Krönung von Karl IV. Im 14. Jahrhundert angefertigte böhmische Königskrone wurde als Wenzels Krone bezeichnet. Die Regierungszeit von Boleslav I. markiert die Begründung eines einheitlichen böhmischen Zentralstaates. Spätestens nach 955 beherrschten die Prämisseleiden neben dem Gebiet um Prag und Westböhmen auch mehreren Gebiete Schlesiens und Kleinpolens bis weit hinter Krakau, wie der jüdische Gesandte Ibrahimi B. in Jakb seinem Kalifer B. D. Araman III. 965 berichtete und eventuell auch einen kleinen Teil der Slowakei. Nicht dazu gehörte das den Fürsten der Slavnikiden gehörende gesamte ostböhmische Gebiet. Unter Boleslav II. wurde 973 Dekasikunden-Bistum Prag gegründet. In einer Grenzbeschreibung des Bistums Prag aus dem Jahre 1086 werden neben Böhmen und Meeren auch Schlesien. Die Burg Krakau mit zugehörigen Regionen bis zum westlichen Bug und Ströpa sowie die Provinche Wack. Also ein Gebiet um die Wack als dazugehörig angegeben, Schlesien, Kleinpolen und Meeren gingen ab 990 an den polnischen Herrscher Miesko verloren. 995 ließ Boleslav durch seine Gefolgsleute, die VRSOVCI in Libys, die Führungsschicht der Slavnikiden ermorden. Womit die Vereinigung Böhmens vollzogen war 11. Jahrhundert, seit 999 verschärften sich die Spannungen gegenüber Polen. Im Zuge der Thronkämpfe zwischen Boleslav-Söhnen und Boleslav-Ibkroberi 1003 Viertel war Prag polnisch. Es folgten Interventionen des römisch-deutschen Reiches. 1019 beendete Ultrich die polnische Besetzung Meerenst, das damit auf Dauer Böhmen angeschlossen wurde. Udalrichs Sohn Bratislav I. führte erfolgreich Krieg gegen Polen und war nach militärischen Auseinandersetzungen mit König Heinrich III. Verbündeter des Heiligen Römischen Reiches gegen Ungarn. Seine Nachfolge regelte Bratislav 1055 durch die Seniorratsordnung, wonach der jeweils älteste Prämisslied die Herrschaft ausüben sollte. Während seine ältesten Söhne Sbaitiniv II. und Fauratislav II. nacheinander herrschten und ja, Rome Geberhardt, Bischof von Prag wurde, regierten die jüngeren Söhne als Teilfürsten in Meeren, Konrad I. Er hielt Brünn und Zetnaim Otto I. und seine Nachfolger herrschten in Ulmütz. Ihre Ansprüche auf den Prager Thron verloren sie dadurch dennoch nicht. 1085 bis 1086 erhob der römisch-deutsche König Heinrich IV. Fauratislav II. als Belohnung für seine Hilfe gegen die Sachsen zum König. Seine Nachfolger Konrad I. von Brünn und Bratislav II. mussten sich mit dem Herzogstitel begnügen. Seit dem 12. Jahrhundert 1099 erreichte Bratislav II. die Anerkennung seines Halbbruders Borivoy II. als Nachfolger, womit er erstmals gegen das Seniorratsgesetz verstieß. Versuche, das Seniorrat durch die Primogenitur zu ersetzen, verschärften am Anfang und gegen Ende des 12. Jahrhunderts die Thronkämpfe. Die Gegnerschaft der beiden Prager Hauptlinien, die von den Brüdern Wladislav I. und Sobislav II. abstammten, hatte schwerwiegende Folgen. Die Auseinandersetzungen zwischen dem Zweig des Wladislav I. und dem Zweig des Sobislav II. verschärften sich durch Interventionen der märischen Prämisleiden und anderer Thronanwärter. Die nicht aus Prag stammenden Prämisleiden wurden auch einige Male Herrscher in Prag. Doch ihre Bemühungen trafen auf hartnäckigen Widerstand des Prager Hofs. Zudem mischte sich bei den Thronstreitigkeiten auch das römisch-deutsche Reich ein. Wobei insbesondere Lothar von Zirpleinburg 1126 in der Schlacht bei Klamek eine vernichtende Niederlage gegen Herzog Sobislav I. Er litt und gefangen genommen wurde. Wladislav II. erhielt 1158 den Königstitel, der jedoch nicht auf seine Nachfolger überging. Im 12. Jahrhundert schlossen die Prämisleiden-Ehen mit den polnischen Piasten, den ungarischen Arpaden, den Wettinern und Babenbergern. Aber auch mit den Familien der bayerischen Grafen von Bogen, von Berg und den Wittelsbachern, mit Herzog Wenzel II. erlosch der Zweig Sobislav Sie. Und um 1200 starben die meisten märischen Prämisleiden aus. Ihr letzter Vertreter war Sifried. Der Herzog Otto K. I. Prämisse vom anderen Zweig erhielt hingegen vom römisch-deutschen Reich 1198 den Titel König von Böhmen. Dieser wurde ihm und seinen Nachfolgern samt allen erworbenen Privilegien dank seiner geschickten Politik gegenüber Philipp von Schwaben Otto IV. und Friedrich II. schließlich durch die goldene Bulle von Friedrich II. 1212 zu erkannt. Nach dem Tod seines kinderlosen Bruders Wladyslaw Heinrich, Markgraf von Meren und nach der Vertreibung der Theobalde, die später im Exil aussterben, waren die Nachkommen von Otto K. I. Prämisse die einzigen Repräsentanten der Prämisseleiden, sodass bereits 1216 Otto K. I. Prämisse seinen Sohn Wenzel I. 1228 krönen lassen konnte. Unter Wenzel I., der mit Kunigunde von Schwaben, der Tochter Philipps von Schwaben und Enkelin des ungarischen Königs Bela IV. Verheiratet war, begann die Expansionspolitik der Prämisseleiden. Diese erreichte ihren Höhepunkt unter Otto K. II. Prämissele, dessen Ehe mit Margarete von Badenberg die Erwerbung Österreichs ermöglichte, später schlossen sich auch die Steiermark, das Egerland, Kärnten und Krain an. Prämissele musste sich mit einer starken Adelsopposition in Böhmen, Österreich und den Alpenländern auseinandersetzen. Im Kampf mit Rudolf von Habsburg wurde er 1276 besiegt und in der Schlacht von Dürnkruz 1278 getötet. Wenzel II., der Sohn Otto K. II., nutzte das infolge der Kämpfe der Adelsopposition in Böhmen entstandene Chaos, um die Zentralmacht wieder zu konsolidieren. Von 1278 bis 1283 regierten für den noch nicht erwachsenen Wenzel Otto von Brandenburg in Böhmen und Rudolf von Habsburg in Meeren. 1300 gewann Wenzel kurzfristig die polnische Krone und 1301 die ungarische Krone. Doch die Unzufriedenheit des polnischen und ungarischen Adels sowie die Feindschaft des römisch-deutschen Kaisers bewirkten den baldigen Verlust der beiden Kronen, Wenzels Sohn Wenzel III., musste 1304 Ungarn verlassen, da er nur in Westungarn von den Grafen von Güssing aus dem Geschlecht der Heder und in der heutigen Slowakei von Matthäus C.S.H.K. unterstützt wurde. Nach dem unerwarteten Tod seines Vaters 1305 wurde er böhmischer König. Am 4. August 1306 wurde er jedoch auf einem Feldzug gegen Polen in Ulmütz ermordet. Man konnte sich nicht auf einen der vielen prämislidischen Verwandten als Nachfolger einigen. Prädestiniert dafür wäre Heinrich von Leipi gewesen, dessen Nachkomme Hönig Petacek von Pilkstein erst mehr als einhundert Jahre später zum böhmischen König gewählt. Aber als Hossidenführer weder vom Haus Habsburg noch vom Papst anerkannt wurde. Erst dessen Schwiegervater Georg von Podibrat wurde 1456 als böhmischer König entronisiert. Die Heirat von Wenzels II. Tochter Elisabeth mit Johann von Luxemburg im Jahre 1310 war die Grundlage für die Thronbesteigung der Luxemburger in Böhmen und Meeren. Tropauer Zweig der Prämisleiden Die Tropauer-Premislidische Herzogslinie wurde 1269 begründet, als Otto K. II. Prämisse seinem natürlichen Sohn Nikolaus I. Die Provinz Tropau zu Wies, die unter seinem gleichnamigen Sohn Nikolaus II. 1318 zu dem eigenständigen Herzogtum Tropau erhoben wurde. 1337 erlangte er vom böhmischen König Johann von Luxemburg das bis 1336 piastische Herzogtum Ratibor als ein Lehn. Nach dem Tod des Herzogs Nikolaus II. 1365 setzte der jüngste Sohn Prämisle I. die direkte Stammlinie Tropau fort, die um 1485 mit Herzog Johann II. von Leop Schütz erlosch. Der älteste Sohn Johann I. begründete als Alleinerbe des Herzogtums Ratibor die Stammlinie Tropau-Ratibor, die 1521 in männlicher Linie mit Herzog Valentin endete. Punkt. Literarische Verarbeitung. Wenzel II. hat selbst einige Minnelieder verfasst. Ulrich von Etzenbach hat für Otto K. II. Prämisle eine Alexander-Dichtung verfasst und für seinen Sohn Wenzel II. den Wilhelm von Wenden geschrieben, der als Ursprungslegende der Herrscher gelten kann. A. Dibat Stifter hat in seinem Roman Vichico einen Ausschnitt der Streitigkeiten im 12. Jahrhundert literarisch gestaltet. Das Drama König Otto K.s Glück und Ende von Franz Grillpatzer beschäftigt sich mit der Auseinandersetzung Otto K.s II. und Rudolf von Habsburgs.